Hallo, hallo, ihr Hübschen und willkommen zu Hoch die Hände Wochenende. Wir gucken uns wieder die Themenbereiche Gesundheit, Spiritualität, Liebe, Beruf, Finanzen an. Ich bin sehr gespannt, was wir herausbekommen können, weil die Energien immer noch sehr individuell sind. Ihr wisst, wir sind immer noch in der Beltane-Phase, in der Vereinigungsphase mit dem, was wir eben brauchen. Deswegen habt ihr die Woche über schon gemerkt, hier bin ich sehr zurückhaltend mit den allgemeinen Kollektiv-Orakeln, weil es immer noch, habe ich auch heute wieder in die WhatsApp-Gruppe gegeben, um die eigene Aura, um die eigene Ausstrahlung, um das eigene, persönliche Next Level geht. Ja, aber anscheinend steige ich langsam wieder in die allgemeinen Orakel ein. Zumindest möchte ich mir das Wochenend-Orakel jetzt nicht mopsen lassen, dafür bin ich viel zu neugierig. Schauen wir rein. Fangen wir an mit dem Thema Gesundheit. 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 Überfordere dich nicht. Gesundheit verbessert sich. Es ist einfach gerade absolut geführt. Sprich, ja, der ein oder andere, der noch ein wenig Klarheit für sich bekommen muss, wird vielleicht gerade ein wenig zu Ruhe genötigt, ne, um innere Klarheiten für sich zu gewinnen. Schließlich gehen wir mit dem Juni dann in die Sommersonnenwende, in den Wendepunkt. Aber grundsätzlich steht die Karte hier im Bereich Gesundheit, es wird alles gut. Es wird alles gut. Ja, wer sich gerade ein wenig, ähm, ja, wie soll ich sagen, bettlägerig fühlt oder ein wenig langsamer machen muss, ja. Ja, da, ähm, ist das vom Universum gelenkt, geleitet, gesteuert und geführt, ja. Entweder, weil im Außen noch was erledigt werden muss, ja, oder weil im Inneren noch, ähm, eine Erkenntnis reinkommen darf. Ja, grundsätzlich kein Grund zur Sorge. Ja, kommt auch nichts weiter dazu rein. Dann gucken wir uns Spiritualität an. Spiritualität. Uh, ja, genau, da haben wir es nämlich, ja, da, äh, wird hier das ein oder andere eingeleitet, ja, weil das ist hier, ähm, zum einen natürlich der Merkur, der ja immer noch so ein bisschen Nachwehen hat, ja. Das heißt, hier im Zusammenhang mit der Gesundheit, was wir ja gerade schon gesagt haben, ne, dass das geführt ist, wenn man hier ein bisschen langsamer machen darf, ja, weil dann hier noch das ein oder andere Puzzlestück zusammengeführt werden darf, noch eine Information reinkommen darf, ja, weil das ist hier das, ähm, spirituelle Fortschreiten, ja. Ja, und das kommt hier gerade rein, ja, und wenn man dann jetzt zu viel Staub aufwirbelt, ja, oder zu viel in Angriff nimmt, obwohl hier noch, ähm, das ein oder andere, ähm, reinkommen muss, darf, ja. Dann wäre es blöd, weil da muss man hinterher Korrekturen und Kurschänderungen vornehmen, ne, und, ähm, weil das sind Botschaften, ne, Botschaften, die hier noch reinkommen wollen für, ähm, die nächsten Schritte, ja, für die nächsten Bewegungen. Ja, sehr schlüssig in sich und das erklärt auch, warum ich, äh, gerade mit den allgemeinen Orakeln so zurückhaltend bin, ne, dann, Liebe, fangen wir mit den Singles an. Dann möchte ich mal, ähm, hier mit den Kipperkarten drauflegen. Liebe bei den Singles, beziehungsweise bei den Frischverliebten, wo man noch nicht so wirklich, ne, von fester Partnerschaft sprechen kann, wo man sich noch in der Kennenlernphase befindet. Oh mein, no, schaut mal, Geschenke, 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 ja, aber auch das ist Beltane, ne, das ist das, was wir hier, guck mal, wird zu euch getragen. Liebe Singles, ja, ähm, das passende Gegenüber wird zu euch getragen, da, und da haben wir wieder, schaut mal, das ist, äh, wieder von der WhatsApp-Gruppe heute Morgen, ne, da haben wir wieder, ihr sendet aus, ja, jemand empfängt, macht die Leinen los und begibt sich hier auf den Weg, ja. Ja. Das ist, ähm, gute Laune, ja. Also hier, ihr habt hier wirklich, hier, guckt mal, ne, ein unverhofftes, wir gucken hier auf den Bereich Liebe, das Geld können wir, das ist, ähm, hier, echt ein unverhofftes Geschenk. Ein unverhofftes Geschenk, das ist, äh, gut gelaunt, ja, ähm, gut gelaunt, auf andere zugehen, neugierig, ähm, weiß ist auch, äh, rein, ja, ohne konkrete Absichten, Ziele, ja, komm, ne, lass uns doch einfach mal zusammen hier, Hans, guck in die Luft machen, ja. Das ist, äh, Wunschabfüllung. Liebe, liebe Singles, seid, ähm, geht raus. Es ist auch, ähm, auch wenn ihr anfangs keinen Bock habt, ja, lasst euch von anderen anstecken, ja, weil das ist, ähm, hier gibt's Geschenke, ne, die euch, ne, von außen reinkommen, ne, das ist die Reinkommen der Energie, ähm, überreicht werden sollen, ja, also sollte, ihr solltet da erstmal keine so richtigen Böcke haben, ja, ja, eure Laune da, ähm, ausbleiben, werden andere dafür sorgen, dass ihr euch wohler fühlt, ja, wohler fühlt, gut gelaunt seid, ja, und, ähm, euch anstecken lasst, ja. Gute Zeit draußen. Und damit hättet ihr gar nicht gerechnet. Ja, da gibt's doch diesen Spruch, ne, Unvorhofft kommt oft, oder was? Ja, raus in die Natur mit euch, ab auf die Blumenwiese, ja, ähm, feste Beziehung, wie sieht's aus hier, für, ähm, habt ihr das schon verstanden, alles klar. Ja, ja, auch da kommt, äh, Aktivität, ne, auch da werdet ihr, also es ist so ein bisschen hier von, guckt mal, ne, alles so reinkommend, ja, arbeitet mit dem, was reinkommt. Lasst euch hier ein bisschen von guter Laune anstecken, geht davon aus, dass das alles in eurem Sinne ist, ja, und auch in festen Partnerschaften haben wir hier, ähm, Aktivismus, ne. Also, dass sich Vitalität bemerkbar machen wird, ne, Vitalität, Aktivität, Unternehmungen, Sexualität, also dehnt sich Unternehmungslust aus, ja. Wird morgen früh beim Frühstück schon losgehen. Mir wird so ein bisschen Spongebob gezeigt, ja. Ich bin bereit, ich bin bereit. Was machen wir jetzt? Es wird Zeit. Was wollen wir denn mal schönes machen, Schätzelein? Was wollen wir entdecken? An welcher Blume wollen wir schnüppeln? Finde ich gut. Total motiviert, ja. Auch wenn noch irgendwelche Arbeiten anstehen sollen, ja, auch die werden in Angriff genommen. Freut mich total, ja, das ist ja schon mal ganz gegensätzlich zu unserem letzten Hochdehände-Wochenende, ne, wo, ähm, was wir hier im Thema Gesundheit haben, ne, wo hier, ähm, noch Reste ruhen dürfen, wenn dann noch Puzzlestücke fehlen, ne. Das hatten wir ja in den festen Beziehungen, ne, ähm, als allgemeine Energie. So dieses, oh, ich muss mich sammeln und mich finden, geh mir nicht auf die Eier, ne. Und das ist ja jetzt hier das ganze Gegenteil, ja. Das ist, ich bin bereit. Lass uns was machen, lass uns was unternehmen, ja. Lass uns, äh, vital sein. Lass uns, äh, aktiv werden. Lass uns, äh, Sex haben. Lass uns Blumen schnippeln. Lass uns, ja. Lass uns, äh, auch Aufgaben erledigen, die noch anstehen, ja. Die wir jetzt hier nochmal, äh, die Gartenmöbel putzen, ja, um irgendwie Leute zum Grillen einzuladen. Was weiß ich. Ja, auch von außen, ne. Also sprich, alle, die so ein bisschen motivationslos sind, ja, Motivationsschübe kommen, lasst euch anstecken. Beruf. Was haben wir hier für den Beruf? Hier wird auch wirklich, ne, entschuldigt. Muss ja nochmal geländer. Hier wird auch wirklich eine Anstrengung unternommen. Um euch, ähm, hier mit dieser Energie anzustecken, ne. Um euch für bestimmte Aktivitäten zu, ähm, animieren, zu begeistern, ja. Beruf. Ja, auch da, ey, das alles von außen, das gibt's auch gar nicht. Beruflich stehen hier auch Veränderungen an, ja. Beruf, äh, hier, genau, da, Gespräche. Gespräche über, ähm, was darf sich entfalten? Soll sich entfalten? Das ist ja so wie Mitarbeiter-Vorgesetzten-Gespräche hier, ja. Was habt ihr für Planung? Was darf da, äh, in die Veränderung, in den Wandel kommen? Ich werde darauf hingewiesen, das ist ja hier das, äh, Christephania-Kipper, ne. Tada. Und in dem normalen Kipper ist das ja hier die, ähm, Todeskarte, ja. Ja, das ist im normalen Kipper ist das hier, ähm, steht ein Todesfall, glaube ich, steht da drauf, ja. Ja, also beruflich auch da, wo Negativität ist, ja. Wo Negativität ist, braucht der ein oder andere vielleicht noch ein Puzzlestück, ne. Wir haben ja auch bei den Sternzeichen-Orakeln, ne, bei den, äh, Sternzeichen-Tagesimpulsen heute gehabt, dass bei dem ein oder andere berufliche Veränderungen anstehen. Und, ähm, diese Metamorphose ist ja logisch, ne, für die gibt's immer einen Auslöser, ne. Das heißt, ähm, wer sich beruflich gerade in negativen Situationen befindet, ja, ja, sprechen, was in die Metamorphose kommen darf, ja, was in die Veränderungen kommen darf. Und ich meine hier nicht, äh, speziell nur mit, äh, Vorgesetzten und Kollegen, sondern auch über Negativitäten, weil es geht, äh, mir werden die ganze Zeit Ideen hier, ne, Ideen gegeben, ja, also, und die kommen übergegeben. Gespräche, ja, das heißt auch, ähm, mit Freunden, ne, zum Beispiel, weil das haben wir auch so viel bei den, äh, Tagesimpulsen gehabt, ja, dass, ähm, man jetzt gerade wirklich durch die Erfahrungen, die andere gemacht haben, bereichert werden kann, ja. Also, sprich, habt ihr negative Situationen, ja, wo ihr ein Ende, ne, ne, also hier die Todesfallkarte, ein Ende haben wollt, eine Metamorphose, ne, ne, eine Transformation, ne, einen Wandel haben wollt, nutzt das Wochenende, um eben auch mit anderen darüber zu sprechen, ja, weil hier kommen auch da, ja, die Veränderungsmöglichkeiten, ja, die Veränderungsmöglichkeiten in Form von Ideen oder auch konkreten Vorschlägen über die Gespräche, ja, und wir haben ja hier wirklich bei fast allen, außer bei Gesundheit, ne, wo hier Universum zur Ruhe drängt, wenn da noch Dinge im Außen vorbereitet werden müssen, ja, haben wir ja hier wirklich die Geschenke, die jetzt von außen kommen, ne, in allen Bereichen, so, ja, wirkliche Bereicherung, das sind durchweg positive Karten hier, ne, Ja, ich hab noch mal reingehört, kommt auch nichts anderes. Also, egal in welchem Bereich wir hier gucken, das Außen ist hier gerade sehr bereichernd, ja, für Dinge, ne, wo man, äh, ins Stocken gekommen ist, wo man festgefahren ist, wo man, ähm, irgendwie, keine Ahnung, hier die Lust verloren hat, ja, oder sich nicht so wirklich aufraffen kann, ne, weil eben, keine Ahnung, entsprechende Impulse, Ideen fehlen, ne, da haben wir hier ein geiles Feld liegen. Ja. Ja, kein Wenn, kein Aber, kein Supergall. Gut, dann gucken wir auf Finanzen. Finanzen. Okay. Das war's für heute. Ja, alles ist möglich, ne? Die Alles-ist-möglich-Karte. Bei der Alles-ist-möglich-Karte müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir es nicht übertreiben, ja? Also, weil das ist eben halt sehr spekulativ, ja? Das hat nicht Hand und Fuß. Und wir neigen jetzt auch dazu, wenn ich mir hier das Unterdeck gerade angucke, einfach Fernweh zu bekommen, Ferienzeit bricht an, hier über das große Wasser zu wollen, Reisen, Urlaube zu planen. Weil wir eben Sehnsucht haben nach Palmen, Strand und Meer, ja? Oder auch nach Autoeinkäufe etc. pp. Okay, kein Problem, ne? Um Gottes Willen, ich will euch hier nichts madig machen, ne? Aber achtet drauf, dass die Sehnsucht, ja? Und damit die Verleitung nicht größer ist als euer, wie soll ich sagen? Als euer Guthaben? Weil das sind, das große Wasser steht auch immer für so ein bisschen Frust-Einkäufe, ne? Frust-Einkäufe, weil man eben Sehnsucht nach etwas hat, ne? Also, ja, geht ruhig in entsprechende Planungen, ne? Überlegt euch die Dinge, aber dann eben auch gucken, ne? Gut. Und geht Karibik, also realistisch bleiben, ne? So ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen bleiben, ne? Geht Karibik, überspitzt gesagt, ja? Oder wird es, ne? Geht drei Wochen Karibik oder wird es vielleicht doch eine Woche Ostsee? Ne? Also ruhig der Sehnsucht folgen, aber geerdet eben, ne? Ja, hier von der Erde aus auf die Ferne gucken, ne? Ja. Weil eben die Fantasien und die Sehnsüchte sehr verlockend und verleitend sind, ja? Also gerade in den finanziellen Angelegenheiten gerade ein wenig geerdet bleiben, sich Wünsche erfüllen, klar. Aber im realistischen Rahmen, ne? Ja. Weil das Außen hier gerade auch so ansteckend ist, ne? Das heißt, man beobachtet hier vielleicht auch bei anderen Dinge, ne? Die dann eben, weil andere gerade sehr ansteckend und mitreißend und motivierend sind, ne? Dann eben im Themenbereich Finanzen, in diesen Beziehungen, in diesen Energien, die da gerade sind, keine vorschnellen Zusagen machen, ne? Weil die Energien so mitreißend sind, ne? Sondern da bei sich selbst bleiben und, ja, die Realität eben nicht aus den Augen verlieren, ne? Ja. Wie ist denn die allgemeine Grundstimmung? Haben wir eigentlich gerade schon erklärt, ansteckend, ne? Die allgemeine Grundstimmung empfällt. Schwing. Ach, Dieter. Deswegen sollt ihr euch von anderen Mitreißen anstecken. Das ist das Erheben, ja? Deswegen, wenn ihr, wie zum Beispiel, wie was hier, ne? Auf der, äh, auf dem Feld der, des Berufes liegen hatten, ja? Wenn ihr in einer, ähm, traurigen Energie seid, weil euch etwas zu schaffen macht, ja? Dann, ähm, lasst euch von anderen, ähm, abholen, abholen, mitnehmen, rausholen, ja? Wir haben viele Lösungen im Feld, viele Ideen, ne? Viele, ähm, Anregungen, Impulse, ja? Das ist, ähm, gerade alles sehr, sehr, ähm, ihr wisst ja, dass wir gewechselt haben, ne? Von dem trennenden Aspekt, in den verbindenden Aspekt, ja? Und wenn ihr Verbindung zulasst gerade, bekommt ihr da auch wirklich, ähm, sehr Ehrliche gereicht, ja? Und das Außen hilft hier zu erheben, ja? Zu, ähm, transformieren. Ja, ihr Hübschen hilft mit der einen oder anderen Sache, Frieden zu machen, abzuschließen oder eben auch, ähm, Ideen einzugeben, wie man eine Situation in die Veränderung bringen könnte, ja? Ja, das ist wirklich sehr, sehr hilfreich gerade, ja? Für alle, die seelisch halt gerade ein wenig labil sind, ne? Weil das sind, ähm... Man kann es beheben, ja? Ich kriege die ganze Zeit dazu rein, man kann es beheben. Nur selbst sieht man es vielleicht nicht, ja? Weil man mit, äh, dieser Emotion befasst ist, ja? Ja, und, ähm, andere können trösten, klären und beheben. Das sind irgendwie so die Schlagwörter, die ich dazu reinbekomme. Ne? Für alle, die so, ähm, seelisch und körperlich gerade nicht in Topform sind, ne? Also, ja, ihr könnt da quasi hier bereichert werden. Ja, für alle, die, die sich gerade in so einer Energie, ähm, befinden, ist das hier eine echte Bereicherung. An diesem Wochenende ist hier ein wirklicher Reifesprung möglich, ne? Kommt Zeit, kommt Rat. Und genau das haben wir hier. Die Zeit für den Rat. Und dieses Wissen ist wirklich bereichernd. Deswegen öffnet dem Außen das Wochenende die Türen, auch wenn es vielleicht erst mal eine Überwindung kostet, wird es, ähm, sehr bereichernd sein, ja? Ja. Ihr Hübschen wisst aber Scheid, ne? Kommt auch nichts mehr. Themenfelder haben wir auch alle abgegrast, ne? Gesundheit, Spiritualität, Singles, feste Beziehungen, Beruf, Finanzen und die allgemeine Grundstimmung ist noch in dieser Wechselfase, ne? Ja. Okay, das ist das, was das Wochenende mit sich bringt, ja? Reden ist die Lösung, ist die Überschrift. Nur im finanziellen Bereich, ne? Ein wenig geerdet bleiben, sich da nicht mitreißen lassen, ja? Und in allen anderen Bereichen Türen öffnen, weil da wirklich bereichernde Situationen entstehen. Bis dann. So.